Mein Gott, ist das lange her, dass ich ein Roll20-Video gemacht habe. Als ich den Greenscreen hinter mir aufgebaut habe, ist mir das erst so richtig bewusst geworden. Aber es hat sich zwar einiges getan, es waren aber immer nur so kleine Dinge. Und ich werde auf jeden Fall bald mal wieder eine News-Sendung für euch machen. Heute soll es aber in diesem Video einmal um das Fusions-Baby zwischen Roll20 und Discord gehen und was das eigentlich kann. Im Moment steht das Ganze nur Pro-Usern zur Verfügung, aber es soll auf jeden Fall bald für alle Member zur Verfügung stehen. Das hat ja auch nur Sinn, denn meistens ist es ja so, dass die Spielleitungen die Pro-User sind und die Spieler einladen, die nichts extra für ihre Accounts bezahlen. Und die müssen die ja irgendwie da reinholen können. Aber, das hat Roll20 bereits versprochen, es wird für alle zugänglich sein. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Und warum das Ganze auch sinnvoll ist, werde ich euch nachher erzählen. Schauen wir aber erst einmal, was das Ganze kann. Bis jetzt gab es diese E-Mail, die du gerade im Hintergrund sehen kannst. Zum Beispiel eine von mehreren Newsletter-E-Mails, die da gekommen ist. Und auf dieses Beta-on-Discord-Programm hinweist. Und wenn man jetzt hier drauf geht, um zu joinen, dann passiert Folgendes. Wir landen erst einmal auf dieser blockierten Website hier. Hier gehe ich einfach mal auf Fortfahren. Das ist auch wirklich unproblematisch. Warum das geblockt ist, weiß ich nicht. Ich werde es auch nicht nachprüfen. Und man würde jetzt eine Einladung für den Discord-Server bekommen. Jetzt bin ich schon auf diesem Discord-Server. Ihr könnt jetzt sehen, dass mein Discord hier gerade automatisch aufgegangen ist. Im Hintergrund ist jetzt noch dieser Bildschirm aufgegangen. Das ist der Einladungslink von Discord. Auf den klickt ihr also einfach, landet hier und dann landet ihr hier im Welcome-Log auf dem aktuellen Discord-Kanal. Der ist jetzt bei mir hier gerade ganz oben. Ich mache das Ganze mal groß und von hier an geht es also jetzt weiter. Wenn ihr jetzt also ein Spiel hinzufügen wollt zum Testen als Pro-User im Moment, dann geht ihr hier auf Join to Create. Dann wird für euch automatisch ein Kanal angelegt, in dem ihr dann fortan spielen könnt. Dieser Kanal ist automatisch erst einmal darauf eingeschränkt, dass nur ihr den sehen könnt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt hier Freunde einladen und so weiter, die dann mitmachen wollen möglicherweise. Und ihr könntet das jetzt gerade mit eurer Spielgruppe auch schon testen. Der nächste Schritt, den wir jetzt machen wollen, ist folgender. Wir gehen hier unten einmal auf dieses Symbol und sehen jetzt hier auf der linken Seite bei den Aktivitäten dieses RPG-Tabletop. Klicke ich da drauf, passiert folgendes. Ich kriege eine Anmeldung für Roll20. Jetzt bin ich bereits angemeldet und dementsprechend landen wir direkt in meinem Profil. Wenn ihr das noch nicht seid, dann geht hier ein Fenster auf und bei diesem Fenster könnt ihr euch auf der linken Seite entweder mit einem neu erstellten Roll20-Account anmelden oder auf der rechten Seite mit eurem bereits bestehenden. Da gebt ihr einfach eure Anmeldedaten an und dann landet ihr hier. Und jetzt seht ihr, das Interface sieht ein bisschen anders aus als gewohnt. Erst einmal, ich lasse es einen Moment so, um euch was zu zeigen. Wenn wir jetzt also sagen, das sind jetzt meine aktiven Spiele, die hier angezeigt werden. Ich möchte auf eins dieser Spiele gehen, kann ich sie einfach launchen, fertig. Wir gucken erst mal, was die Oberfläche uns überhaupt bietet. Jetzt im Moment sind also keine Spieler mit drin, denn ich habe keine anderen Spiele eingeladen. Wenn ich Spiele eingeladen hätte, würden sie hier angezeigt werden. Im Moment sehe ich nur mich als Game Master, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mir diesen Tag abgeben lasse. Geht man hier oben auf Explore, sehen wir, dass wir eine sehr eingeschränkte Version von dem bekommen, was World 20 normalerweise außerhalb des Spiels selber bietet. Wir kriegen ein paar Sachen zu Dungeons & Dragons, Marvel Multiverse und Call of Cthulhu. Gehen wir auf D&D, sehen wir zum Beispiel, was ist D&D, wie ist das Ganze eingestuft worden. Etwas simplifiziert sozusagen für die neuen Nutzer, die ja möglicherweise rein aus Discord kommen. Wir kriegen diese Tags und hier werden dann bald Module dazu kommen. Noch funktioniert das Ganze nicht und man kann sein eigenes Spiel hinzufügen. Das ist kostenlos, wird hier angezeigt. Wir kriegen Infos über den Publisher, nichts super Interessantes. Gehen wir noch einmal zurück zu den ganzen Spielen. Bei Marvel ist es völlig vergleichbar und auch bei Call of Cthulhu. Das bedeutet allerdings nicht, dass nur diese drei Systeme zu haben sein werden, sondern hier werden nach und nach alle Systeme reinkommen. Wir befinden uns in einer offenen Beta. Das heißt, wir haben hier erstmal die Systeme abgebildet, die im Moment, naja, am größten sind, am zweitgrößten sind und keine Ahnung, Geld da reingepulvert haben. Was weiß ich, woran das liegt. Jetzt kann man hier seine eigenen Spiele suchen oder man geht halt ganz normal, wie ihr das vorhin gesehen habt, auch hier auf seine Spielebar, die oben eingeblendet war. Jetzt klicke ich mal auf meins Spiel hier. Ihr könnt sehen, ich kann nicht in die Spieleinstellung, ich kann nur in Launch Game. Und ich nehme jetzt einfach mal mein aktuelles Spiel von meiner Kampagne, die ursprünglich mal Blut und Sand heißen sollte. So heißt aber nur noch das erste Kapitel. Und eigentlich hätte ich die umbenennen müssen, aber ich habe es einfach dabei belassen. Und wir gehen jetzt hier mal rein, Sklaven des Sands schauen. Wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet, Infokarte. Also Launch Game, wir starten in unser Spiel und ihr werdet sehen, wir landen jetzt auch wirklich direkt im Spiel. Wir haben also nicht erst einmal das Listing, wo die ganzen sonstigen Beschreibungen drin sind. Und so sieht das Ganze jetzt gerade aus. Ihr wisst von Discord, dass man sich das in verschiedenen Rastern anzeigen lassen kann. In diesem Raster wäre es jetzt viel zu klein, damit kann man eigentlich überhaupt nichts machen. Klicken wir auf das Ganze drauf, kriegen wir es größer. Das kann sein, je nachdem, wie ihr Discord eingerichtet habt. Zum Beispiel, wenn ihr Discord jetzt gerade nur auf der minimierten Version habt, dass dieses sehr eingeschränkte Bild da ist. Ich würde euch also empfehlen, Discord zum einen erstmal zu maximieren, wenn ihr am Computer seid. Dann habt ihr schon ein bisschen mehr Fenster. Aber auch das hier kann man noch vergrößern. Allerdings nicht wirklich wesentlich. Es geht in erster Linie darum, dass man diese Sachen hier ausblenden kann. Wenn ihr also hier auf den Vollbildmodus geht, seht ihr, das Fenster ist noch ein bisschen größer geworden. Und ja, es ist eine kleinere Version des Browsers, aber man kann hier auf jeden Fall alles drin machen. Und sie ist voll funktionsfähig. Das hat was damit zu tun, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Was ihr jetzt hier also sehen könnt, ist, man kann das hier zum Beispiel zuklappen, um noch ein bisschen mehr Bild zu bekommen. Man kann wie immer den Chat zuklappen. Jetzt habt ihr einfach nur noch den Bildschirm für eure Spieler, vielleicht die optimale Einstellung. Wollt ihr den Chat wiedersehen, könnt ihn wie gewohnt vergrößern. Hier ist also alles drin. Hier funktionieren auch ganz normal die Makros, die ihr möglicherweise sonst normalerweise immer benutzen wollt. Das ist alles da. Und das liegt daran, dass das halt auch wirklich die Vollversion ist. Ich erkläre euch gleich einmal, wie es eigentlich dazu kommt und wie das alles funktioniert. Aber im Kern, hier ist alles drin. Jedes Spiel, das ihr angelegt habt, ist eine Vollversion. Das ist eine Abbildung dessen, was normalerweise auf Roll20 funktionieren würde. Und ihr könnt dementsprechend, wie ich gerade schon gezeigt habe, den Chat benutzen. Ihr könnt Makros benutzen. Ihr könnt auch hier drin, völlig unproblematisch, wenn ihr sagt, ihr möchtet einen neuen Charakter anlegen. Ich nehme jetzt einfach mal den Bob hier. Ist jetzt ein D&D Charakter, wird aber bei allen anderen Sachen ganz genauso funktionieren. Macht gar keinen Unterschied, welches System ihr hier angewählt habt oder sowas. Das hat nirgendwo Einschränkungen. Also zumindest nicht innerhalb des Spiels. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel per Drag & Drop dem, sagen wir mal, irgendwie ein Item verpassen wollt. Suchen wir einfach mal nach einem Shortbow. Und ich ziehe den jetzt hier rein. Seht ihr per Drag & Drop ist der Shortbow jetzt hier gelandet und ist direkt einsatzbereit. Und das wird bei allen Sachen so sein. Denn das Ganze ist nichts anderes als ein Abbild von dem, was Roll20 selbst ist. Ihr müsst es euch so vorstellen. Das Spiel, das ihr jetzt hier in Discord eröffnet, macht im Grunde nichts anderes, als einen eingeschränkten Browser zu öffnen. Ein Browser sowas wie Firefox, Chrome und alles, was ihr so kennt. Edge, Safari. Und in diesem Browser, der kann allerdings nichts anderes öffnen, als die Website von Roll20. Da wird dann in dem generellen Interface ein anderes Overlay drüber gelegt. Das heißt, da hat man ein bisschen sozusagen die Optik verändert. Deswegen sieht es außerhalb des Spiels etwas anders aus. Aber sobald ihr das Spiel selber betretet, landet man automatisch auf der richtigen Seite. Es ist also im Grunde nichts anderes, ob ich Discord jetzt nutze, um Roll20 zu öffnen oder irgendeinen Internetbrowser, um die Website zu öffnen. Wir öffnen darin einen Browser. Dieser Browser heißt jetzt hier formal Roll20, ist aber im Grunde nur ein geöffneter Browser für seinen Direktzugang. Und hier landen wir dann also im Spiel. Und dementsprechend wird es für alle Systeme funktionieren. Das funktioniert jetzt schon für alle Systeme. Nur das Außen-Overlay ist etwas anders und wir können nicht in diese Spieleinstellung zum Beispiel rein. Was aber daran liegt, dass es ein Open Beta ist. Was sind jetzt die Vorteile von dem Ganzen? Naja, der eine Vorteil ist zum Beispiel, viele benutzen ja das Video- und Sprachtool von Discord sowieso nebenher, um Roll20 verwenden zu können. Ihr müsst also keine Umwege mehr gehen, entweder über Discord oder über Teamspeak oder was auch immer ihr nutzt. Und ihr müsst auch nicht mit der schlechten Qualität von der Übertragung von Roll20 selbst agieren. Für beide Unternehmen ist es im Grunde eine Win-Win-Situation. Discord möchte, dass ihr möglichst viel Zeit auf Discord verbringt. Roll20 möchte, dass ihr möglichst viel Zeit auf Roll20 verbringt. Wenn ihr jetzt also in Roll20 arbeitet, auf Discord, bekommt Discord genau das, was es haben möchte. Möglichst viel Watchtime sozusagen, wie das auch bei YouTube zum Beispiel funktionieren würde. Außerdem ist es so, dass neue Leute, die vielleicht viel mit Discord arbeiten und aus der Spieleszene deswegen kommen, diese Applikation sehen und deswegen denken, oh, da könnte ich Pen & Paper drüber betreiben. Und das ist halt das, wo deswegen Roll20 hier einen riesen Benefit draus ziehen wird. Es ist die Plattform, die einzige im Moment, die das hier anbietet, unmittelbar über Discord. Man muss also gar nicht erst Umwege gehen über Anmeldungen, über die Website oder sonst was. Man kann direkt aus Discord heraus dieses Feature nutzen. Und das ist natürlich so, dass Roll20 ist ja nun mal nach wie vor das größte VTT von allen, weil es einfach die größte Reichweite hat, weil es auch am ältesten ist. Und da kann man sich jetzt darüber streiten, ob es das Beste ist, aber es ist auf jeden Fall das Cleverste an dieser Stelle gewesen, weil es diese Schnittstelle nutzt. Ist der Nutzen für den User jetzt neu, größer, anders? Darüber kann man sich streiten. Generell ist es so, je mehr Sachen man an einem Ort halten kann, desto besser ist es in der Regel. Und zwar einfach aus der Kundenperspektive. Ich muss nicht zusätzlich einen Browser aufmachen. Ich muss nicht zusätzlich irgendwelche Bücher wälzen oder sonst was. Ich kann in Discord bleiben, was ich sowieso benutzen möchte und kann darin Roll20 anwenden, was ich ja auch verwenden will. Ohne zwei Fenster oder sonst irgendwie was. Und dieser kleine Vorteil, den man aus der Perspektive eines Multinutzers, der viel mit diesen beiden Plattformen arbeitet, möglicherweise gar nicht so gewaltig sein mag, ist aber für die Leute, die nicht viel das Ganze nutzen, halt einfach der eine Schritt Vereinfachung. Die geringere Hürde, die man einfach überspringen muss. Man ist unmittelbar da. Man kann unmittelbar das benutzen, was man benutzen möchte mit allen Features, mit dem tollen Chat und allem drum und dran, was Discord so bietet. Und dadurch kriegt es einfach, naja, seine Alleinstellungsmerkmale. Es ist das einzige VTT, das man über Discord abspielen kann. Man kann als einziges VTT hier mit Discord zusammen das Ganze an einem einzigen Ort bündeln, ohne zwischen Fenstern hin und her springen zu müssen. Ich habe die tolle Tonqualität und die super Videoqualität. Ich habe die 1 zu 1 Übertragung aus dem Browser ohne irgendwelche Umwege. Ich habe eine unmittelbare Schnittstelle. Und nicht zuletzt wird das hier neue Spiele anziehen. Man kann sich jetzt völlig darüber streiten, ob es für Advanced-Spieler, Leute, die das ganz regelmäßig und viel machen, überhaupt so ein Riesen-Benefit ist. Aber spätestens, wenn die Free-User mit da drin sind und die ganzen Pro-User, die Leute, die viel Erfahrung haben, die bereit sind, Geld dafür auszugeben, werden ja viel Feedback zurückgeben, sodass das ganze Tool hervorragend funktionieren wird, wenn man die Free-User darauf loslässt und möglichst intuitiv ist. Die werden dann möglicherweise bleiben. Bei Roll20 bleiben ist natürlich der Wunsch von Roll20 selbst. Aber naja, beim Rollenspiel bleiben ist mein Wunsch, weil hier hat man praktisch die Spielerfahrung, die andere Leute sonst aus Computerspielen oder aus Baldur-Skate oder sonst was kennen, ja auch alles an einer Stelle gebündelt. Ich muss keine Umwege mehr gehen. Ich habe alles an einem Platz. Und das ist der große Benefit sozusagen. Ist es die riesen-technische Neuerung? Nein. Ist es nützlich? Bestimmt. Und vor allem für bestimmte Leute auf jeden Fall. Selbst wenn ihr das nicht sein solltet. Kann man sich darüber freuen? Ich denke schon, weil es neue Spieler ins Spiel locken wird. Und sollte man das Ganze überdramatisieren, dass der Nutzen nicht so gigantisch ist von diesem toll gehypten Feature. Ja, für euch selbst vielleicht nicht, aber möglicherweise für andere. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige das doch ganz cool finden, dass das hier alles drin geht. Denn es ist einfach schlichtweg praktisch. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch Fragen zu Roll20 haben solltet, weil jetzt so lange Zeit vor mir nichts gekommen ist, dann schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare, damit ich weiß, welche Videos ich möglicherweise für euch produzieren soll. Ich wünsche euch doch einen wundervollen Tag und bis dann.